Guten Tag meine YouTube-Schau und seid herzlich willkommen zu einem neuen Counter-Strike-Video und ähm, nur nach dem langer Zeit, oder, wenn nach dem lange Zeit kein Video mehr kam, ähm, hab ich mir überlegt, will ich das mit Federik doch mal nachholen? Und äh, ja, hoffe, dass euch das auf jeden Fall freut. Äh, wir haben eine Runde gerade schon versucht aufzunehmen, aber es hat nicht so geklappt, wie es so ist. Und äh, ja, auf jeden Fall, kann sie auch machen. Hallo! Sorry! Ich war... Ich schreie. Hallo! Ne, äh, alles gut. Ja, ähm, will ich hoffen. Den sind zwei Duts. Du Hurensohn. Nein! Da-da! Zwei Kills. Trotzdem, wo du gerade so gut gespielt hast, bist du immer noch nicht Erster. Ha? Ja, weil der ja auch Bombe geplantet hat, ne? Eben, das ist es hier. Ja, genau daran liegt er. Boah, im Gegner-Team da oben dieser schwarze Kopf. Ist mega. Ja, das ist mein neuer Skin. Ähm, ja, das konnte ich, habe ich eben auch schon gesagt, aber, ja, Aufnahme ging nicht, aber auf jeden Fall, hat er jetzt nicht die größte Haltbarkeitsstufe, aber, ähm, ich hatte dazu, Philippen, ja, keinem Skin, ähm, oder hatte ich der für ein Skin? Ich weiß es gar nicht, auf jeden Fall, da liegt es Deck 9. Auf jeden Fall finde ich den mega hübsch. Ja. Was für meine P9? Deck 9. Ja, die 9 gibt es auch einen. So, ich verweite. Ist ja unverbindlich, sowas. Blente. Bin ich dabei. Verschützt mich. Ja, der steht da unten noch drinnen, pass auf. Hier oben steht noch einer. Er traut sich nicht raus. Du Sau, du. Ey, du Sauhund. Ja, jetzt kriegst du den auch noch. Und dabei ballert ich schon die ganze Zeit auf die Sau. Ja, 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 ja. Und wie ich ihn gekriegt habe. MP7 so komisch gehalten, aus der Sicht von, äh, dem gelben, hat er die so komisch gehalten. Der hat die so, weiß ich nicht, irgendwie verkrüppelt gehalten, als ob der die gar nicht richtig in der Hand hält. Bei mir hat er die normal gehalten. Ich bin da schon wieder im Felsen. Ja, der muss danach, na ne Sau. Holen wir weg. Keine Chance. Tot. Achso. Habe ich doch gesagt, ich hole die weg, oder? Ja. Ich bin voll geblendet. Aua. Aber man merkt, dass ich etwas eingespielt habe. Ich halte mal, ich bin in die Höhe zum Platz wieder. Ist schon mal gut. So. Dann lebst du auch nicht mehr. Guck mal den Waller. So. Wow. Wow. Neu, Leute, ich komme sowas von dieser nicht hin. Okay. Sieht sehr gut aus. Achso. Da kommt bestimmt gleich einer, der wartet nur da. Ja. Sag mal dazu jetzt nix, ne? War geplant. Ist der hier auch? Was ist der da? Ey, da ist noch einer. Die Säcke. Ja. Nein. Nein. Der letzte steht Tür. Lauf. Aua. Aua. Ich habe den Arsch verkurkelt, ey. So ein Sack. Oh, wie das aussah. Dein Arsch hat schön gebrannt. Popo. Er schießt mich durch die Wand in den Kopf. Ja, bei mir auch. Da steht ja einer. Okay, wie du mit? Ja, Mitte steht einer mit einer Arfe. Ich habe den Typen, glaube ich, mit der Arfe. Ich will zu dir die Arfe holen. Ich habe eine P90 und als ob ich da jetzt runter renne. Ich habe die Bombe außerdem auch nur. Ja, da liegt die Arfe. Ich sehe die. One A long. Er holt sich die Arfe, springt zurück und holt mich. Super. Oh, das ist keine große Hilfe, Junge. Du bist es wieder, ey. Immer wenn die. Wir gewinnen auf jeden Fall, ganz glasklar. Können man. Ja, sieht aber gar nicht gut aus. Alter, wie er Blut dran gibt. Leidert ist. Links an der Treppe, die da eben war. Ja, das war jetzt natürlich ungünstig, dass da zwei kamen. Der hat dann Hackern, das kann es mir nicht erklären. Nein, der kommt durch die Tür. Schau mal leise. Ich muss mal kurz hören, ob einer. Scheinlich. Mann! Du Sau. Du Wichser. Aber mir kam durch die Tür gesprungen, hat mich gehetshot. Yellow behind. Unbox, box, box. Unbox. Ich sage, unbox. Äh... Alles klar, er hilft sich mit meiner Arfe, das find ich gut. Eben gezielt. Was geht da hinten vor sich? Soll ich mal nachkommen mit einer Arbe? Komm mal ganz fix vor. Ich bin ja alleine. Ich hab eine Arbe, ne? Warte mal eben. Ey, das sind zwei links und rechts, Alter. Pass auf. Ne, der... Was wolltest du sagen? Da holst du ab, ne? Molotov! Zeig dich. Da war er. Nein! Nein! Scheiße! Jetzt mal ausrasten hier. Boah, ey, wie der da rumgesprungen ist. Boah, mein Ausraster war auch super. So, jetzt bin ich erstmal beruhigt. Nein! Ich glaub, das verkacken wir. Ja, das, äh, glaube ich leider auch, ja. Ne, jetzt ist gleich, äh, gleich lang. Aber die letzte Runde müssen wir jetzt holen. Ist ja doof. Alles klar. Kann man auch machen, ne? Die Gegner USP tauschen. Hätte ich niemals gemacht. Der lebt noch. Der lebt noch. Wo war der? Der steht in der Ecke da. Ja. Konnte ich jetzt nichts machen. Merkt ihr das nicht, dass hinter ihm einer steht? Nö. Oh, das war ein Team-Mate. Der wird gleich genauso weggeholt wie ich. Ja. Boah, der kassiert den Schuss, der eigentlich mit dem anderen bestimmt war, jo. Alles klar. Wie kann man denn so? Ich seh'n Ernst. Das kann man doch nicht machen. Meistens sterben die nur, weil die ein bisschen Dummheit beweisen. Weil das hätte man jetzt viel besser machen können. Pass mal auf, jetzt kann ich dir gleich den Trick zeigen. Was für ein Trick? Ich hoffe, es klappt. Ich hoffe, es klappt. Äh, ich mach das jetzt mit einer Decoy. So, komm mal mit. Achte auf meine Granate. Ach, scheiße. Normalerweise, das geht, dann fliegt die da drüber. Shit. Okay. Ja, dann weiß ich da schon mal Bescheid. Ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen. Biiiip. Ich bin tot. Ich, ich habe ihn getroffen. Ich habe ihn getroffen. Die, 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 die. Tot. Ja. Das sah auch nice aus. ja nur eine Runde glaub ich Pistel da 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 komm ich probier das jetzt noch mal was musst du nach A hier hier geht schon drüber scheiße es geht wieder nicht das geht auf jeden Fall ich hab das schon geschafft Aua tut mir leid tu geht short short weißt short hab ich schon 2 2 nein alter nicht gut nicht gut nicht gut Allah wir müssen mal die Bombe platzieren sollten sie mal tun aber aber ja kommen nicht auf die Idee ja wer hat sie in die Bombe äh hochgeworfen ist der solchen jetzt machen es nur die beiden die davon stehen ich sehe die ja doggie wir haben es wäre er sei ja dieser Armee und der denn nur ich finde ja es sind es hat auch noch mehr gut erhalten ich bin das war 30 Minuten Strafe hat er bekommen Ja, das war natürlich blöd, weil die Runde hat eh beinahe geendet GGWP Ja, wäre der vorher rausgeflogen, dann hätte ich den nämlich eh eine Strafe Ich vor allem Ich hätte dann gesagt, ich komme, wir geben auf Jawohl, einer mit Gold Nova 1 von denen Ja Wie war der Typ auch so gut, ey? Locker hat er mit Silber 2 zusammengearbeitet und ja Da der eine so tief ist und der andere so hoch, ist das wieder ausgeglichen Total, Alter War irgendwie voll nicht, aber gut Doch, man hat es ja gemerkt, aber naja Wenn euch diese Folge gefeiert, gibt uns doch eine Däumelein nach oben Wir würden uns auch freuen, wenn du uns ein Abo dalasst und ja, wir sehen uns im nächsten Video von Counter-Strike Tschüssi 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 Tschüssi